schönen guten tag herzlich willkommen zu unserer pressekonferenz vor dem bundesliga heimspiel im signal iduna park gegen den vfb stuttgart am samstag ich begrüße unseren cheftrainer lucien favre und sportdirektor michael zorc hier auf dem podium begrüße auch sie alle in der virtuellen pressekonferenz und bitte um die fragen an die beiden herren wir beginnen bei johannes hoppe radio 92 hallo erst mal in die runde ja frage am anfang wie sieht es mit dem personal aus zehn spieler haben ja in st petersburg gefehlt besonders torgen azar und matt hummels werden die am samstag spielen können guten tag ich weiß noch nicht weil ich habe die spiele nicht mehr gesehen seien wir zurückgeflogen sind zwar 23 am morgen gestern und ich sehe die spiele nach nach der pk oder vor dem training aber sowieso sie werden heute nicht viel machen aber über hummels und hasard kann ich nicht jetzt definitiv sagen weiß nicht die krampe von den rohrnachrichten frage mich als sorg noch mal kurz zurück zur champions league weiß dass sie die frage gerne beantworten deshalb stelle ich sie auch ganz gerne was sagen sie denn jetzt zu den fünf möglichen gegnern die es ja noch sind dies im achte finale eben dann werden können haben sie den favoriten haben sie ein verein den sie vielleicht gerne hätten nein bei der auslosung ist es für mich immer so wie mit dem wetter das können wir nicht beeinflussen das nehmen so wie es ist ich glaube es war gut dass wir erster geworden sind in der gruppe wenn man sich die möglichen gegner an anschaut aber du brauchst natürlich jetzt auch jetzt ist ein bisschen auch geht es um los glück oder pech insgesamt muss ich sagen dass ich mit dem abschneiden in der champions league gruppenphase sehr zufrieden bin werden gesagt wir wollen uns qualifizieren das haben wir schon nach dem das haben wir relativ früh geschafft dann war das ziel gruppenerster zu werden das haben wir auch geschafft da gibt es natürlich viele die sagen ja bei der gruppe musst du das auch schaffen ja stimmt vielleicht aber du musst auch erst mal machen und wir haben wir haben es gemacht wir haben souverän gemacht und insbesondere wenn man bedenkt dass wir schlecht gestartet sind mit dem spiel bei lazio rom dann haben wir das sehr gut hinterher umgesetzt und deshalb können wir da sehr zufrieden mit sein und und haben jetzt eben noch die restlichen vier spiele bundesliga plus pokal als i tüpfelchen dann noch bis kurz vor weihnachten oliver mocha vom sport informationsdienst ja hallo in die runde auffrage an michael zorg vielleicht daran anschließend herzorg jetzt haben sich alle vier bundesligisten für das achtel finale qualifiziert das gab zuletzt vor sechs jahren worin sehen sie die gründe für diesen erfolg und was lässt sich daraus ableiten danke das sind vier gute Mannschaften vier gute klubs die sich die sich ja mehr oder weniger deutlich durchgesetzt haben ich habe gestern am fernseher verfolgt ladbach hat noch ein bisschen gezittert ich habe die bilder noch gesehen wie die spieler um den fernseher zusammenstehen und und dann das endergebnis in in mailand abgewartet haben man sieht schon dass die gruppenphase dieses jahr ja durchaus mit problemen für ganz große club clubs behaftet war bayern münchen ist natürlich souverän durchgegangen aber der eine oder andere selbst real madrid hatte dann doch das eine oder andere problem nein die liga ist konkurrenzfähig wir sind da auf dem offen ganz ordentlichen weg anna van eickels für den wdr hörfunk ihr seid zufrieden mit dem abschneiden der champions die könnt ihr auch sein als gruppen erster trotzdem habe ich so ein bisschen das gefühl wenn man die ja social medias mal durch guckt und das rund um diesen club rund um den bvb die fans nicht alle so zufrieden sind was sagst du dazu und wie ist bei euch die stimmung in der mannschaft michael ja ich kann nur für uns sprechen wir sind wir sind sehr zufrieden mit dem abschneiden wir haben jetzt natürlich noch einige spiele vor der brust bis weihnachten die wollen wir erfolgreich bestreiten marco reuss hat glaube ich irgendwie gesagt wir wollen alle vier gewinnen wenn es geht dass das ist unser anspruch das ist immer so aber wir haben insgesamt glaube ich eine gute stimmung und sind auf einem guten weg robben haak von der funke mediengruppe vielleicht was zum gegner herr fahrer wie sehen sie den vfp stuttgart und er spielt eine ganz gute rolle der bundesliga bis jetzt für mich was die stärken des teams ja ohne diskussion eine sehr gute mannschaft wenn man sieht mehrere spiele sie machen das sehr sehr gut sie haben viel power vorne viel durchschlag kraft bauern und richtige bewegung und sie sind extrem gefährlich ok sven wester schulze von der sport bild bislang haben sie drei spiele ohne über den hahnland bestreiten müssen einmal hat marco reuss vorne gespielt die nation von den frankfurt was julian brand jetzt zuletzt in st petersburg war es torgan hasard hat sich einer von den dreien für die position nachhaltig empfehlen können oder ist es auch denkbar dass am samstag gegen stuttgart wird super pokoko vielleicht ein vierter spieler seine gelegenheit krieg fahren war ja die drei drei spieler die haben zitiert sind keine richtige stürmer dann das weiß man aber wir werden sehen wer vorne spielt gegen gegen stuttgart und ich muss warten ich kenne nicht auch auch diese spieler verletzt ist oder kann spielen kann ich spielen und so muss warten patrick berger von sport 1 an anschließend die frage der kollegen patrick wir verstehen dich nicht das ist sehr abgehackt patrick wir haben kein wort verstanden um ehrlich zu sein wir versuchen es gleich noch mal würde ich sagen am ende und gehen jetzt mal zu sebastian colzberger eine frage an herrn zorg wenn die jetzt samstag auf den vfp stuttgart treffen treffen sie auch auf einen alten bekannten mit sven nissling hat der langjährig ihr scout war jetzt ist er seit 2019 sportdirektor wie bewerten sie seine entwicklung beim vfp ja ich kann das ja nur aus der ferne betrachten und bewerten wobei wir vor einigen wochen noch noch telefoniert haben miteinander ich glaube sven hat einen hervorragenden job gemacht das hat es gerade auch schon beschrieben wenn man sich die mannschaft anschaut insbesondere wenn es nach vorne geht haben sie viele gute individuell gute spieler mit geschwindigkeit auf dem platz mannschaft wirkt insgesamt auch sehr gut strukturiert trainer macht auch einen guten job also ich kann da meinem kollegen und früheren partner nur ein großes kompliment machen ich habe noch mal eine frage an beide zum vfp stuttgart stuttgart hat zuletzt vor 23 jahren in dortmund gewonnen beim fc köln war es noch ein bisschen länger her die haben ihre durchstrecke überwunden was muss denn die mannschaft am samstag zeigen damit stuttgart nicht auch diese durchstrecke überwinden ja ich habe schon ein wenig über stuttgart gesprochen sie haben viel power nach vorne viel durchschlag kraft und sie sind sie sind gefährlich wenn man sieht mehrere spiele gegen gegen hoffenheim gegen bayern und so sie sind extrem gefährlich vorne und sie machen das spiel auch gut nein eine richtig gute mannschaft ohne diskussion und man muss eine topleistung bringen wenn man will gegen diese mannschaft gewinnen michael mach ich schließe mich an habe ich mir gedacht wenn wester schulze ich habe noch eine frage zu marco reuss bei wie viel prozent seines leistungsvermögens sehen sie ihn aktuell ist er schon wieder bei 100 prozent nach seiner langen verletzungspause wenn nicht was fehlt ihm noch um wieder zur alter stärke zurückzukommen ja ich habe immer gesagt es wird es wird noch dauern bis er wieder fit ist weil du kommst zurück eine große verletzung es dauert es hat sechs monate gedauert und du musst dich gewöhnen an das tempo wieder und ich finde seine zweite halbzeit in in zenith war ganz ok robben haak wir haben ja schon häufiger über julian brand hier gesprochen in der runde ich habe manchmal das gefühl ist immer noch so ein bisschen im formtief hat eine schwere phase wie kämpft man sich aus solchen schweren phasen raus sie waren beide selbst profis und sind lang genug dabei um zu wissen was man da vielleicht machen muss frage an beide ja ich finde man sagt er ist nicht in top form und hat ballverlust gehabt aber ich denke ich hat nicht schlecht gespielt es ist so und wir spielen auch mehrere system vielleicht ist der für andere system besser ist aber er macht das sehr sehr gut finde ich und und es ist auch gut für seine entwicklung mehrere position zu zu halten auch es wird auf langfristig viel besser sein ja ich denke klar wir wissen alle dass julian besser spielen kann als er es zuletzt getan hat wichtig ist dabei dass er dass er weiter arbeitet nicht aufgibt weiter an sich glaubt wir wir stehen dahinter und 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 dass er bald wieder diese alte sicherheit hat in seinem spiel die ihn ausgezeichnet hat robben haak kurze nachfrage dazu erfahre die sagen er kann mehrere position spielen was ja auch gut ist wo ist er denn am stärksten und was sind seine stärken ihrer meinung nach julian brand ja wenn er läuft sehr gut taktisch zwischen den linien ich finde auch deshalb hat er manchmal auch stürmer gespielt weil er ist ziemlich schnell kann kann in die läufe spielen weil in die ja wie sagt man der profondeur in die tiefe laufen und weil wir brauchen das und der kann das sehr sehr gut machen weil wir brauchen das diese läufe in die tiefe um die gegner zu stören wir brauchen das unbedingt und ich spreche von stundgarten sie haben viel durchskraft viel power und jede mannschaft braucht das gibt es weitere fragen die krampe ja noch mal eine frage michael zorg erling harland hat uns gestern teilhaben lassen an seiner rea die er wohl ja in katar absolviert das hat uns ein bisschen überrascht was sprach dafür oder was hat er dort was er in dortmund an möglichkeiten für die rea eben nicht hat und angesichts der tatsache dass wir uns ja auch nicht in nicht ganz normalen zeiten befinden nochmal die frage an die auch ein bisschen angst oder sorge dass er vielleicht mit einer infektion zurückkehren könnte reisetätigkeiten sind ja gerade nicht unbedingt angeraten ja also das war sein wunsch die rea dort zu absolvieren er ist davon ja experten umgeben die auch im austausch mit uns sind mit unserer medizinischen abteilung sind die sich quasi rund um die uhr und um die uhr um ihn kümmern können deshalb haben wir am ende zugestimmt erste fortschritte gibt es schon wir haben schon ein paar bilder bekommen und wir sind der meinung oder wir gehen auch davon aus so haben wir es mit ihm abgesprochen dass er sich auch vor ort lokal an an die dort geltenden regeln hält hygiene regeln hält und dann hier wie vor weihnachten wieder aufschlägt und 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 dann auch hinterher wieder einsatzbereit ist schaue ich noch mal in die runde ob es weitere fragen gibt die frage von robin haag hat sich offenbar erledigt dann probieren wir es gerne nochmal mit patrick berger ich sehe zwar dass das bild sehr ruckelt nein okay die frage hat sich auch erledigt dann sind alle wunschlos glücklich dann bedanke ich mich für das interesse an der pressekonferenz danke auch den beiden herren auf dem podium und wir sehen uns am samstag im signal die dunapack bis dann tschüss wir sehen uns am 4 Vielen Dank.